Das sind aus meiner Sicht mit die stärksten Funktionen von Webflow und aber auch gleichzeitig die meist unterschätztesten Funktionen von Webflow. Nummer 1, das Clonable Ecosystem. Ich finde es einfach so, das steckt einfach so unglaublich viel Potenzial drin. Man muss sich einfach mal überlegen, du kannst über das Clonable Ecosystem einfach auf Arbeit zurückgreifen, wo andere talentierte Leute, vielleicht in vielen Fällen talentierter als man selber, Dutzende, Hunderte, Tausende Stunden reingesteckt haben, um so ein Clonable oder mehrere Clonables zu erstellen, zur Verfügung zu stellen. Und man darf das einfach so nutzen. Das wissen ja auch nicht alle, diese Webflow Clonables, die werden alle unter der Creative Commons License 0 veröffentlicht. Bedeutet, man darf die einfach nutzen, sogar für Kundenprojekte. Und das finde ich einfach, das ist einfach so viel Potenzial, dass ich einfach noch nie bei einem anderen Tool gesehen habe. Also wenn man das mal in der WordPress-Welt vergleicht, oder wenn man da mal reinschaut, mir ist da nichts Vergleichbares bekannt. Und also dieses Clonables Ecosystem, unglaublich mächtig aus meiner Sicht. Deswegen, also für mich lohnt sich auch diese Agency. Ich habe diesen Webflow Agency Plan. Das ist aus meiner Sicht, sind diese 40 Euro absolut wert im Monat, dass man da sich eben so viel Clonables reinziehen kann, wie man will. Die zweite Sache sind die Read-Only Links. Also auch so ein kleines Feature, aber aus meiner Sicht massiv unterschätzt. Du kannst einfach irgendeiner anderen Person einen Read-Only Link schicken und den mal in das Projekt reinschauen lassen. Oder die mal in das Projekt reinschauen lassen. Ich merke das halt im Moment ganz stark mit Inputflow, wenn jemand eine Frage hat oder wenn bei irgendjemandem was nicht funktioniert. Dann sage ich immer, hey, ich schicke mir deinen Read-Only Link zu. Und dann kann ich einfach ins Projekt reinschauen und sehe sofort, was Sache ist. Und das finde ich so ein cooles Feature, auch wenn es nur ein kleines Feature ist. Und dann machen wir noch ein drittes, jetzt auch erst seit knapp einem Jahr oder einem halben Jahr, dass andere Leute einen in seinen Workspace einladen können. Das finde ich einfach so cool. Also erst letzte Woche hatte ich ein neues Projekt angefangen. Und dann, also das Unternehmen, die hatten nur so einen Starter-Workspace und wussten das nicht. Dann wollten die anfangen, mir das Passwort zu schicken. Dann habe ich gesagt, hey, nichts mit Passwort. Hier ist das Video, wie man hinzufügen kann. Und dann kann ich einfach über meinen Account bei euch reingehen. Und das finde ich ein mega Feature. Jetzt ist es bei mir auch so, dass ich im Prinzip die ganzen Kundenaufträge zu jeder Zeit griffbereit habe, da nochmal reinschauen kann, was viel mehr convenient ist, wenn du nicht die ganzen Passwörter speichern musst und so weiter. Und zusätzlich ist es auch richtig cool, weil das ging nämlich früher auch nur über einen Hack, dass du halt jetzt im Prinzip einen alten Kundenauftrag aufmachen kannst und da wieder was rauskopieren kannst und einen neuen Auftrag von einem ganz anderen Kunden oder in deine eigene Website einfach wieder reinkopieren kannst, einfügen kannst. Das konntest du früher eigentlich ja auch nicht, wenn du jetzt zwei Accounts gleichzeitig offen lassen brauchst, geöffnet haben willst. Dann hättest du immer im Inkognito-Modus gehen müssen und dann hättest du dich da eingeloggt. Das war möglich, aber es ist immer so ein Umweg. Und jetzt geht es voll schnell. Das habe ich auch schon oft genutzt, dass man halt einfach nochmal schnell was von anderen Projekten sich nochmal in eine andere Seite holt oder so, weil man sowas ähnliches schon mal gebaut hat.